Musik Wir gehen 10 Schritte in die Entspannung. Ihr könnt euch mal verlassen, wenn ihr in 10 Schritte gegangen seid, in der Vorstellung, dann seid ihr automatisch in eine Toss. Ihr könnt nicht mehr in den Wetterzustand sein. Ihr kommt automatisch in den Wetterzustand und dafür könnt ihr todsicher die Treppe benutzen. Ihr könnt genau vorhin unternehmen und ihr könnt euch eure Treppe vorstellen, wie auch immer ihr auszieht. Wir gehen deshalb an eine andere Treppe. Ich werde es einfach bebleiben, indem ich sie ankündige und ihr werdet einfach mit jeder Ansage einen Schritt tiefer oder höher in die Entspannung gehen. Und wenn ihr dann die 10. Stufe reicht habt, möchte ich, dass ihr die rechte Hand oder die linke Hand, ja, bei links hinab auf die Brust, auf das Fußbein lebt, tief einatmet, also bei der 10. Stufe und langsam und gebremst ausatmen. Ja, so etwa. Und das ist alles. Damit ist man schon in einer sehr, sehr schönen Trance, die wir nutzen können für unser Ziel, nämlich Selbstwert aufzubauen, um das zu erreichen, was wir uns vorgegangen haben. Also, sucht euch den Alter einen Punkt, den ihr auswählt und konzentriert euch auf diesen Punkt, egal, ob es hier auf der Leinwand ist oder ein Punkt, ein Nagel an der Wand oder noch, den Hinkaback der Vorarmann, was auch immer. Und beobachtet einfach mal, während ihr klein gespielt, was ihr in Herikäldernsichtfeld wahrnehmt. Einfach registrieren. Einfach registrieren. Untertitelung des ZDF, 2020